Wir sind gerade beim Dicke Mix und ich probiere jetzt wieder ein paar Sachen. So habe ich mich irgendwie richtig gefreut, weil ich wollte so ein Steinchen, aber die dient sich gar nicht. Und das Ding ist auch nicht so, weil das ist hier irgendwie so komisch, es rutscht die ganze Zeit so runter. Jetzt auf der Autobahn hat mich wieder einer genervt. Es war so nicht mal wirklich eine Auswahl, wir sind ja über fünf verschiedene Autobahnen gefahren gefühlt. Und da war so ein Weg so bergauf um die Ecke zur nächsten Autobahn. Und da war halt Begrenzung, glaube ich, 80, was ja eh schon relativ viel ist, wenn es um die Ecke scharf geht. Da waren halt drei Spuren. Und hinter mir war einer, der war einfach so dicht dran und er hat mir die ganze Zeit so eine Lichtruppe gegeben. Und dann hat er mich so krass von rechts überholt, mit 200 einfach. Bei TK Maxx habe ich mir ein paar Schmucksachen gekauft, kann ich vielleicht zeigen. Ich habe mir Tampons gekauft. Und dann habe ich mir die halt ausgesucht, weil es gibt ja so verschiedene Tropfen. Also je mehr Tropfen da sind, desto mehr fängt es auf. Und dann habe ich ein bisschen gekruscht, weil da ist ja eh so alles hengen aufeinander. Und links von mir war man. Und er schaut mich an und beobachtet mich, während ich diese Tampons aussuche. Aber ich habe nur so, ja, dann scheiß drauf, keine Ahnung, wir werden gucken. Und dann sagt er so, was genau ist es denn? Ich so, ja, Tampons. Also, ah, Tampons. Er so, und welche Größe nimmst du? Ich so, ja, willst du vielleicht noch eine Haftuntersuchung bei mir da unten machen? Das habe ich das mal rausgeholt, also Tampons. Und drei Schmucksachen. Einmal solche, Kreolen. Das ist wahrscheinlich ein eher für den Sommer, aber heute ist ja der erste März. Ja, okay, noch nicht offiziell Frühlingsanfang, aber schon so März, ne? Das denkt man so, ja, es beginnt. Dann zweite Kreolen, eigentlich wollte ich die nicht, aber meine Mutter fand die zum Beispiel besser als die. Aber ich fand die besser als die. Und ich weiß ehrlich gar nicht gerade, was das ist. Da war so ein Etikett, wo es irgendwie verschoben war und jetzt weiß ich nicht, ob das Halskette ist, Armband oder The Joker. Ja, mal gucken, fand ich einfach schön, deswegen ist es mir egal, wohin es hingeht. Ich habe gerade so gelacht, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Einfach, weil ich zu witzig bin. Ich finde mich einfach selber witzig. Ich habe das mit meiner Freundin geschrieben, weil wir treffen uns morgen, aber genau, was sage ich dazu. Und dann, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Ich glaube, sie hat so gesagt, wie sie auf einen Typen reagieren soll, der irgendwie nicht sie in Ruhe lässt. Und dann habe ich so gesagt, ja, mach den Blick, den ich immer mit Französisch gemacht habe. Und das ist einfach so zu Meme geworden. Wir haben Millionen von Bildern, aber das ist halt so der Franzé-Blick, haben wir das so genannt. Dann habe ich so gesagt, ja, mach einfach meinen Franzé-Blick. Und dann hat sie mir diesen Blick geschickt und noch weitere Memes von mir. Dann hat sie so gesagt, aber deine Tinder-Bilder waren legendär. Weil ich habe damals so Tinder-Bilder nachgestellt von so Typen, weil Online-Leiting ist einfach nur eine Katastrophe. War es vor fünf Jahren, sechs und jetzt ist es immer noch. Und die habe ich halt nachgestellt. Und das war einfach... Dann habe ich einfach so in unseren alten Chats nachgeguckt. Und da waren so schlimme Bilder. Also einfach so schlimm lustige Bilder. Dass sie einfach jetzt so krass gelacht haben und es einfach wirklich nicht normal und wie witzig wir einfach sind. Und es einfach keiner schätzt und keiner sieht und keiner das irgendwie wahrnimmt. Ich glaube, es ist gestern Abend passiert und heute Morgen habe ich es gelesen, habe ich wieder eine Anfrage bekommen. Diesmal nicht von einem Opa, sondern von einem Mann, der halt mich zahlen will. Und ich weiß halt nicht, warum die alle so auf mich kommen. Und es schlimmer dabei ist, dass es keine Fake-Accounts sind. Das sind halt so wirkliche Leute. Und irgendwie verstehe ich ja nicht, was die bei mir wollen. Also ja, ich möchte, dass du glücklich bist. Und ich zahle dir gerne ab 1000 Euro. Du bist glücklich, ich bin glücklich, jeder ist glücklich. Und du hast sogar mehr davon als ich. Also ich bin dann nur glücklich, aber du bist glücklich und hast noch Geld. Denkst du, ich verkaufe mich? 1000 Euro? Wolltest du ein bisschen mehr bieten. Und dann hat er so gesagt, als ich mich darauf geantwortet habe, ja, wir können ja erstmal so locker starten. Und ich schicke dir einfach so Geld zu, einfach so, damit du so gut drauf bist und einfach so, ja, das Leben genießen kannst, dir was Schönes kaufen kannst. Und dann fragen mich Leute, Typen, warum ich Ruhe ansprüche. Ja, oder? Mir wird einfach so Geld zugeschickt, einfach damit ich lache, damit ich wirklich bin, damit ich einfach so mit Freude durchs Leben gehen kann, ja? Deswegen habe ich hohe Ansprüche. Die Männer verbiegen sich nach mir.